ja ich habe ein neues mikrofon weil dieses eine headset von mir ist leider kaputt gegangen und ich habe mir einfach mal das gleiche geholt wieder und ich will erst mal sagen wir machen das jetzt mal mit so genau dann muss ich hier mal kurz hoch nein du kommst du nicht hoch dieses du kommst du nicht hoch ja okay gut äh ich will erst mal sagen ich habe keine nö 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 und jetzt und wird erst mal eine spielzeit gehen wo ist der Mund für die spielzeit gehen da ist die spielzeit gehen und wieder zwei stück und das zweite fahr genau gib mir das so und jetzt und die eine fackel meine fräse ist wohl jetzt hier hin ja okay äh ich werde erst mal sagen boah nicht runterfallen nicht runterfallen das ist nicht gut genau ähm das war ja wir können uns irgendwann mal eine unendliche cobblestone stelle machen und ja ich habe ja Kohle gesehen aber ich habe ähm irgendwie Bock hier oben weil es sieht so geil aus mit der aussicht habe ich irgendwie voll Bock dorthin dorthin ja genau so 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 hm hm was ist das genau schaffe ich das das ich habe das nie im Leben und wenn dann so ja wenn dann so verkackt das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht alles klar schon wieder toller crap ne wie oft ich hier sterbe ne also und so okay das schaffe ich nie im Leben schon wieder tot aaaah boah das waren voll viele Blöcke hör mal auf hier ich muss hier irgendwo runter genau hier 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 schaffe ich das jetzt genau wo sind die hingefallen ja hier genau boah die sind voll weit weg wo noch mal ne schaufel pfff dann hätte ich alles ne schmarrn na egal obwohl doch ja dann habe ich alles genau habe ich überhaupt das Mikrofon an was ist das Mikrofon Hilfe 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 ja es ist an gut das ist sehr gut ok wo ist denn meine Spitzhacke äh meine Schaufel Schaufel die ich habe ich habe die Schaufel gefunden gut so nächstes Mal verkacken wir nicht hoffe ich so so und jetzt habe ich was gesehen und zwar war dort Eisen und Gold oder so keine Ahnung falls ich gute Augen habe was ich wieder sterbe will ich das nicht und zwar fuh 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 ja jolo komm unser einzigster Block den wir jetzt hier haben schmarrn ja ok egal wer war noch hier hier sind wir rüber gegangen und haben uns hier hoch gebaut genau genau ehrlich ich kann das nicht bist du boah wow so naja was hat sich denn boah nee 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 der trägt mich jetzt auf ah nicht dass ich die ganze Zeit sterbe oh das ist die Schaufel obwohl eigentlich hatte die ja schon genau da war's Gott das war's so und jetzt mal speichern weil ich ihn nun mal sterben will so genau au so super jetzt ich bin hier runtergefallen oh da fuck ok das ist schon mal den IDs hier bin ich gestorben super super wo ist das oh dort unten fuck oh mein Gott ich trau mich nicht das ist die beste Taktik Oh mein Gott lieber nicht naja ist irgendwie so eine Schlechtidee, dass ich nach unten grabe aber naja so ist es halt wo bin ich ich glaube ich bin falsch ah ne, ja bin richtig bin richtig gib mir, ach ja gib mir, genau ich weiß nicht ob ich richtig bin, ich trau mich nicht dass das irgendwie so ein Fake ist oder so doch endlich jetzt Wotter Fahre Wotter Fahre Erfolg, Diamanten, ja, nein, ne Okay, okay, okay 15 jemanden Statt runterspringen, wenn ich gehe, glaube ich nicht lebt noch gut gut, sehr gut so äh stein stein lol 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 what the fuck what the fuck wo warum passiert das hier warum passiert das hier Wotter Fahre 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 shit 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 miti ich sehe nix ich sehe nix ah 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 shit what a fool was und da ta da bra 1958 da Lernpferl Lernpferl Perku Grubb 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 Na gut Dr. So Genau Das ist doch mal gut Dann Dann haben wir hier Diamanten, Eisenerz, das können wir jetzt hier hin machen. Wir haben 38 Glas. Das ist sehr gut. So. Und hier, genau. Den manchen kann ich jetzt erstmal weglegen. Aber jetzt kommen dann gleich die Eisenerze und die Golderze. Ja, dann muss ich schnell einen Prozess machen. Hehehe. So, gut. 7. Jetzt haben wir, oh mein Gott, wir haben 30 und 64. 30, 64 ist. 84, mündlich schon mal nach. Während das Salz hier kocht. Warte mal. Nein, nicht Kamera, what the fuck. Nein, ich kann mal, was habe ich gerade eben gesagt, du. Okay. Äh, 64 und 30 ist. Ja, 94, hab ich mir doch gedacht. Gut, 94. 94 Glas, das ist echt schön. So, dann kommt das nächste. Und ich würde jetzt mal sagen, wir machen uns... Ja, das können wir wegmachen. Ja, wegschmeißen. 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 Genau. Hallo. Die Schneeblöcke kann ich wegmachen. Na, okay. Hä? 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 Okay? Aber, ich dachte mir gerade, lol. So, haben wir zwei Gold. Das ist langweilig. Mal, wenn man Gold wird. Genau. Oh, wir können schlafen. Gute Nacht. Oh, wir können schlafen. Ja, klar. Okay. Dann... Können wir uns hier... Genau. Ja. Nein, 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 nein. Genau. So, dann haben wir hier erstmal einen Eimer. Den Eimer können wir hier hin tun. Und den Schneeball können wir... ... ans Fenster werfen. Genau, dann haben wir hier erstmal Kohle, eine Rolle, da, da... und noch... Was haben wir denn noch hier? Wir haben noch... ... Federn. Hä? Noch, hä? Ich meine, die Blöcke sind halt nicht so gut, aber sie gehen. Genau, und was ich jetzt machen will, ich finde, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier weg. Und jetzt werden wir das an das da rollen. Und es passt X. X, 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 X. Wo sind du? Wo bist du, wo bist du? Da. Ich habe noch ein Spritter. Und... Warte. Warte. Genau. 40,6. Die Mannschwert. Die Mannschaufel. Die Mannschwitz. Die Mannschwik. Die Mannschwitz. Die Mannschwitz. Oh, das war nichts. Äh, ja. Und... ... als letztes. Die Mannschwitz. Den Mannschwitz. Okay. Okay. Und jetzt... ... kann man's eigentlich in der Rüstung machen? zweimal zweimal das passt nicht und noch eine Hose genau und mit zwei von in jedem ich hoffe dass wir mehr finden genau dann haben wir so ein Viertel und das war es eigentlich naja ich brauche noch einen Eimer 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 genau so dann Wasser Hä? so genau 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 Halt! Nein das wollte ich nicht das wollte ich nicht genau so dann ist da weg super und dann dort wieder Wasser so ja genau dort wieder Wasser jetzt hole ich mir noch schnell ein Schluck Wasser dann mache ich erstmal eine unendliche Wasserstelle das wäre die beste Idee und danach so eine komische Hallo Hühnchen dann bist du Donald Duck magst du Donald Duck ich mag Donald Duck aber nicht so gern naja 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 hab ich gewusst da 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 hoch jump and run master skills plop 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 ich sollte mal mein Handy weg tun Entschuldigung ah Entschuldigung wegen diesem komischen Geräusch tut mir unendlich leid ich habe vergessen dass dieses Geräusch kommt wenn ich mein Handy da in der Nähe habe ... ... n ... noch mal runter ... ich wollte eigentlich schon immer mal machen, wenn ich irgendwo am Sand bin oder so in Mallorca oder so, dann, dass ich hier so runter springe, wenn ich runter gehe, ich will normalerweise nicht immer so langweilig runter gehen, ich will so runter springen, sehr normalerweise logisch, dass es höher ist, wenn man so runter springt, Moment, so, dann ist höher, dann fällt man von in den Sand, was mir mal passiert, was mir mal in Spanien passiert ist, ich bin, also es war so 40 Grad, ich habe mich natürlich eingegrennt mit Sonnenkrimm und so, und ich habe mich in den heißen Sand gelegt, nicht gelegt, so, nein, ich war nicht gelegt, sondern hier so, ne, und so, 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 what the fu, ich hoffe, jetzt fritts nicht mehr ein, ah, ich weiß, warum, ich brauche Fackeln, wo sind denn die Fackeln, da sind die Fackeln, don't you frost in your bitch, kann ich ja nicht draufsetzen, ne, schade, ja, ok, oh, oh, das war Glück, so, genau, ja, ok, hold on one second, please bitch, ok, äh, ich meine, nein, natürlich nicht, oh, 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 oh oder so nicht im Nieder zum Glück nicht M. H. M. 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 P. Höpp schlägt Baber schnappalabalabalab Nappa Hapa genau jetzt wird sich ein zum Glück noch eins das dritter dritter und wenn ein Pöppchen ein paar Pöppchen 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 wie sieht es aus L0 weiß blau blau weiß blau weiß eigentlich wollte ich blaue Schuhe aber naja scheiß drauf wir sind halt weiß wow eigentlich bin ich da und nicht beim Schnee äh was äh nein das war nichts perverses zum Nippel endlich so genau und jetzt dann ab so ja warum fährt das alles ein ich verstehe das nicht Oh, ich glaube, das ist nicht gut. Au. 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 Oh, oh. Nein, nicht mehr trinken. Oh, sehr gut. Noch mal runter, genau. So, jetzt zeige ich mir erst mal Glase. Glase. Glase ist gut für Glase. Äh, Glase, meine ich. Glase. Das ist weg. München. München. Oh. Jetzt haben wir Glas. Und Sticks sogar noch. Ja, okay. Dieses Problem wird gleich verhindert werden. Oh, oh. Nein. Genau. Moment. Wow. 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 Gut. Sehr gut. Und jetzt. Und jetzt. Die Fackeln setzen. Super. Und jetzt. Hier hoch irgendwie. Oder so. Oh, oh. Ja, okay. Ja, okay. Äh, da, da, da. Oh, oh. Genau. So. Und dann hier Erde draufsetzen. Ja, auch. So. Und jetzt. hoffe ich, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt funkt, aber naja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moment. 1, 2, 3. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Genau. So geht das. Der einfache Weg. Warum muss das immer einfrieren? Äh, blau und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffentlich. Glaube ich. Niep. Oh, oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Äh. So. Oh. Oh, genau. Halt. Genau. So. Ich mache mir hier mein ganzes Glas kaputt, ob das jetzt auch scheißegal ist. Genau. Okay, dann würde ich erstmal sagen, ich beende jetzt den Part. Moment. 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 Und hier noch. Genau. So. So. Kann doch nie money. Gut. Dann würde ich sagen, äh, das passt. Boah. Bestimmt lange. Äh. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bären. Bären. Niemals. Gute Nacht. Äh. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017